Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir weiter mit Pokémon Schild und ich befinde mich gerade in Calve City und mache dann das Stadion mit den Drachen Pokémon. So, fangen wir gleich schon wieder an. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe Eis Pokémon mitgenommen, auch noch ein Feen Pokémon und habe einfach ein sehr starkes Pokémon oben hingesetzt, weil der hat ja das Münster-Amulett dabei und ich will ja richtig gut Kohle machen. Ich will doppelt an Kohle machen wie normalerweise. Ich habe zwar genügend in dem Spiel an Poké-Dollern, aber es macht nichts. Kann ich mir natürlich viel besser Top-Genesung und alles leisten. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob ich dem jetzt gewachsen bin. Doppelkämpfe. Auf das bin ich jetzt nicht so gefasst, aber ich bin gespannt, ob ich das nicht hinbekommen. Wäre doch gelacht. Ja, jetzt gucken wir mal, was das alles einsetzt. Okay, ein Drachen Pokémon, das andere ist ein Flug. Okay, gut, da kann ich schon mal kein Erdbeben einsetzen, sonst habe ich mein eigenes in die Pfanne, ja. Das wäre nicht gut. Jetzt habe ich ja gar kein Flug Pokémon dabei. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt hier machen. Ah ne, der trifft ja wirklich alles, ey. Der trifft ja einzeln. Ich muss mich untergraben hier, anders hilft es jetzt nichts. Mal gucken, was ist mit der Attacke, der trifft nur einen. Ich will den, das Drachen Pokémon einfach loswerden. Bei der sind immer die stärksten. Ja, ging doch einfach. Gut, was mache ich mir denn überhaupt Sorgen. Ich bin noch einmal abgeschäckt von damals, wo Dragoran in der Arena war und ich kein Eis Pokémon dabei hatte bei der roten Edition. Das war meine erste Edition und da hatte ich immer im Kopf, dass Drachen Pokémon richtig krass sind. Aber jetzt bin ich mittlerweile schon sehr stark, können sie mir gar nichts. Oh ja, das war eine Wasserattacke, sehr effektiv. Ja, der lebt ja noch. So, jetzt bin mal gespannt, kommt da noch welche neue Pokémon dazu oder nicht? Ja, das weiß ich ja schon. Sehr schön. Doppeltes Geld, ja. Ja, da kann ich mich vielleicht mal selber heilen hier, bevor es losgeht. Gut, geht ja noch. Das wäre es ja ganz gemein, wenn ich meine Pokémon nicht heilen könnte, ne? So, gib mir mal schnell. Ich muss jetzt noch mal was schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Dieses Pokémon hat es auch noch Flug? Natürlich nicht. Okay, dann machen wir es anders. Das Item gebe ich einfach weiter. So, nun tauschen wir dieses Pokémon. Wenn ein Eis Pokémon an der Spitze sind, passiert mir ja nichts. Das kriege ich hin, Leute. So, geheilt sind sie. So, los geht's. Ich mach die fertig. Was ist denn da vorne oder hinten? Dieser Pokémon, der sich entweder umgedreht hat oder von vorne so ausschaut, die von hinten. Ich kenne den noch gar nicht. So, was machen wir jetzt am besten? Dann mal Eisstrahl. Jetzt ist er auch ein Pok. Ich habe natürlich wieder die besten Pokémon dafür hergenommen. Eis oder Eis? Beides schlecht. Aber der sieht für mich gefährlich aus. Das hat sich schönes. Das Pokémon, was am gefährlichsten ist, das greife ich halt am meisten an. Was machen der da? Das hat mir schon gedacht, weil der ja sehr benachteiligt ist. Und auch auf jeden Fall ein Pokémon, was das standhält. Ich sehe, wie das schön ist. Ich glaube, ich weiß schon, was da hilft. Ich kann natürlich Erdbeben wieder nicht hernehmen. Ich riskiere es einfach. Ich nehme Erdbeben hin und haue mein eigenes weg. Machen wir das einfach mal und fertig. Wenn ich es überlebe, dann habe ich zumindest die Gegner besiegt. Ist mir jetzt egal. So, weg mit euch. Ah, meine war dann doch stark genug. Weg mit euch. Na gut, nächstes Level kann man immer gebrauchen, dass es stärker wird. Und jetzt weiß ich, dass Erdbeben von einem Maulwurf eine Evoli-Entwicklung aushält. Sehr vorteilhaft. Und kann ich ihnen doch das einsetzen. So, jetzt lassen wir wieder die Pokémon heilen hier. Ja, komm her. Ich wollte irgendwie was anderes. So, Top-Berleber. Gehen wir wieder auf Nummer sicher. Tausche mir lieber mein Woody aus. Zweimal Tipp Eis ist vielleicht nicht so von Vorteil. Das Item wird einfach mal weitergereicht. Weiter, weitergeben. Dann habe ich trotzdem Kohle. Doppelte Ausführung. Und speichern. Was ich habe, das habe ich. So. Los geht's. Was war ein Zufall. Das ist genau mein Pokémon. Das ist genau mein Pokémon. Das war sehr gut. Der erste ist gleich weg. Eine Sorge weniger. Nicht schlecht. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich doch mit einem Schlag die weghaue. Ich will auch keine Probleme mehr hier machen. Das war ja Eis mit Pflanze. Natürlich ist es ein Nachteil. Aber der E-Eis-Typ hatte nicht gedacht, dass es doch so stark ist. Ja, und was ist mit Heilen? Gut, okay. Jetzt können wir noch ein. Mal sehen, ob das wieder ein Doppelkampf ist oder wie es hier abläuft. Speichern wir wieder ab. Ich kenne mich schon mittlerweile, dass ich jedes Mal sehr gerne abspeichere. Dann haben wir zwei Eis-Pokémon. Dann noch ein Feen-Pokémon. Und meinen Maulhof werden wir jetzt auch hinbekommen, oder? Was ich noch nie ausprobiert habe, ob wirklich auch Dynamax-Entwicklung geht bei einem Doppelkampf. Das wäre jetzt eigentlich mehr interessant. So, Flugdrache und Gesteinstyp. Sieht vorteilhaft für mich aus. Auch mit dem Sandsturm da. Machen wir trotzdem meinen Erdbeben. Also Leute, macht es lieber nicht so, wie ich es mache. Dass ihr dann immer euren Partner in die Pfanne haut. Nimmts lieber einfach mal ein Flug-Pokémon mit, dass es dann keine Wirkung hat. Aber das Libeldra braucht nicht zu lachen, weil ich ihn sowieso mit Eis-Strahl jetzt attackieren werde. Es war mir nämlich schon klar und bewusst, dass der, weil er in der Luft fliegt, dass es keinen Effekt hat. Jo, wieso? Das ist doch das, was immer daneben geht. Okay, Genauigkeit 30. Okay, macht alles K.O., aber das kann ich nicht gebrauchen. Das ist eine Attacke, die meistens eh nicht trifft und nur fünfmal einsetzbar ist. Nein, danke. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Das ist einfach ausgewichen. So. So, das war dann doch kein Problem. Das habe ich jetzt echt kommen sehen. Ich habe es ja auch so gemacht. Das ist natürlich überristet. Kann sich natürlich jedes Mal ein bisschen was von der KP erneuern. Und da auffüllen. Sanaconda macht mich immer so fertig, weil der schaut echt merkwürdig aus. Ihr müsst zugeben, Sanaconda ist eine Schlange, die sich selber umwickelt. wie viel sie eigentlich sich bewegen. Also vom logischen her für mich einfach unlogisch. Sanaconda ist ein Boden Pokémon. Da muss ich jetzt echt gucken, was ich hernehme. Was nehmen wir denn? Den macht ja das nicht so aus, wenn ich jetzt eine Bodenattacke hernehme. Aber der andere ist mir zu gefährlich. Ich riskiere es einfach wieder mal mit Erdbeben. Ich hoffe, dass meine überlebt. Natürlich einen starken Eisstrahl. Ein Drachen Pokémon direkt ins Gesicht. Das macht den auch noch riesig, ey. Ich habe es doch gewusst, dass der am gefährlichsten ist. Echt merkwürdig schaut er aus wie ein Hochhaus. Jetzt habe ich mich selber besiegt. War kein guter Schachzug von mir. Aber wenigstens habe ich ihn richtig geschadet. Ein Schlangenblick. Ist auch noch paralysiert. Was machen wir jetzt? Na gut, ich habe mehrere Pokémon vorbereitet. Falls eins ausfällt, das sollte kein Problem sein. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und dann geben wir mal einen fetten Eisstrahl direkt ins Gesicht. Dass jedes Hochhaus in die Brüche kommt. Das war schon heftig jetzt, okay. Das war schon heftig jetzt, okay. Gucken wir mal, was wir als nächstes einsetzen. Ist er paralysiert oder was? Was nehmen wir als nächstes? Das ist ein Gesteins-Pokémon. Aber gleichzeitig ist es auch ein Drache, das weiß ich. Ich werde ihm einfach mal was geben. Top-Genesung habe ich denn nicht da, oder? Natürlich nicht. Jetzt selber heilen wir den mal. Oder... Der muss ja auch mal ins Spiel wiederkommen. Das ist richtig heftig, ich muss ihn langsam schon hier angreifen, sonst macht er alle fertig. Gut, dass ich noch mein anderes Pokémon wieder belebt habe. Sehr gut, jetzt ist der mal aus dem Verkehr, der mich richtig genervt hat. Ich hausstürze jetzt mal ein hier. Weg mit dem. Das ist alles irgendwie schlecht. Ob ich denn alles schönes an Attacken probieren wir es einfach aus. Man kann ja nichts verlieren, ich bin in der Überzahl, das geht dann schon. Was nehme ich denn hier? Schaut mal was für heftige Attacken hat der jetzt mal aufs Lager. Hier, nehmen wir mal diese fette Attacke und dann kriegt der richtig Ärger. Eine Mondgewalt, gut, lebt noch, hauptsächlich kann er angreifen. Der hat eh nicht mehr so viel auf der Leiste, ging er auf, gut. Ich habe einfach eine starke Attacke genommen, dass einfach die Leiste komplett weg geht. Ich wollte nichts riskieren, nichts schwaches, nicht dass es doch noch am Punkt stehen bleibt. Hat gepasst. Habe ich mir meinen Orden verdient. Habe auch genügend Kohle bekommen. Über 15.000 Pokedollar. Das lässt, kann man sich sehen lassen. Gut, der redet viel, wenn der tagelang ist. Das letzte Puzzle-Teil. Okay, dann muss ich noch einen besiegen. Für den Delilion, oder wie der heißt. Für Dillian. Und dann passt die Sache. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme. Ging noch mein Item. Was ist das für eine Attacke? Breitseite. Juhu, ich habe meinen Orden. Drachenuniform. Ich frage mich, was der Delilion überhaupt für Pokémon hat. So. Jetzt gucke ich mal hierher. Dir gehorchen alle Pokémon unabhängig von ihrem Level. Du kannst alle Pokémon fangen, unabhängig von ihrem Level. Jawohl. Genau darauf habe ich gewartet. Weil es war ziemlich verarschend für mich, wenn ich nur Pokémon bis Level 55 fangen kann. Und dann ich Pokémon begegne mit Level 56. Und die wollte ich unbedingt haben und dann hieß es, es besteht keine Möglichkeit, das Pokémon zu fangen. Und das ärgert einen natürlich, wenn man richtig gute Pokémon sieht, die man unbedingt haben möchte. Wie zum Beispiel Gengar. Und man kann ihn einfach nicht fangen. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann ich endlich das Gengar fangen. So Leute, ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf ein Like freuen. Und wenn ihr euch noch viel mehr für Pokémon Schild interessiert, könnt ihr mich sehr gerne abonnieren, denn es geht jeden Tag weiter mit einem Teil von Let's Plays zu Pokémon Schild bei mir. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen. Ich habe schon fast gedacht, ich lose ab, aber ich habe es doch noch geschafft und ihr könnt davon lernen, wie ihr sie besser machen könnt auf jeden Fall und was für Pokémon ihr besser einsetzt im Doppelkampf. Auf jeden Fall ein Flug Pokémon dabei haben, nicht so wie ich es gerade gemacht habe. Okay Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.